bleibt die da jetzt für ewigkeiten hängen das ist auch geil robbt sich halt durchs feuer das ist lydia wie kann das halt dann können wir halt auch noch kurz auf sie warten vielleicht kommt sie aber bald mal an und dann kann man weitergehen hier klein lockpick sie hat es mal von der feuer runter geschafft so und jetzt hole mir hier champion du kriegst das hin nein nicht wieder auf die farmen stellen komm hierher ich habe nie etwas wie das gesehen cool ein tot hat auge für vier gold ist bestimmt auch irgendwie wieder gold drin auch gold drinnen reach mysterious note komm weiße schrift verschwinde da dann können auch lesen dragonborn i need to speak to you urgently rent the attic room at the sleeping giant inn in riverwood and i'll meet you signed a friend ja eigentlich hätte hier dieses dumme horn sein sollen aber das können wir jetzt jetzt in den wind blasen ich bin so gut so witzig alle alle stimmen mir zu wenn wir es mal schon bei schlechten referenzen sind so ja eigentlich wollte ich jetzt die tür nicht zu mann lydia darf mit kommen gut liegt aber auch so gelten macht schon spaß das gold so aufzuheben es macht ich mache er scheppert dann immer so schön ja kann man schon mitnehmen es darf auf zombies das mit den stil warhammer ja ich soll mir mit sonst äter clubs schön gott mitnehmen gehen genau. Und dann müssen wir jetzt raus und open Ustengraf. Irgendwie total ärgerlich, dass ich einfach verrafft habe, dass ich auch sprinten kann. Und, ja. Weiß nicht. Das ist, das ist irgendwie so peinlich. Aber, das passt ganz gut eigentlich dazu, dass ich, äh, hier ganz viel Bullshit mache mit dem Let's Play. Äh, mit dem Streaming. Beim Spiel habe ich so viel schon Unsinn gemacht. Oh, guck mal. Heidränke. Die nehmen wir mit. Äh, hier den und hier den. Genau. So, so, so. Okay. So, so. Wohin müssen wir jetzt? Na, wie gehen wir da lang? Müssen wir hier lang? Ah, hier ist no idea. Hier lang? Nee. Das ist einfach nur ein seltsamer Raum volle Ohren. Da müssen wir, glaube ich, nicht lang. Wir kamen jetzt von hier. Das heißt, wir sind schätzungsweise noch hier. Und. Hm. Wir können auch einfach auf die Karte schauen, ne? Also. Was? Wir kamen von hier und wir wollen dahin. Ja, dann müssen wir jetzt einfach hier nur so geradeaus. Also. Hier diesem Pfad folgen, sagen wir es so. 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 Und hier geht's raus, genau. Schön. Kann man denn noch irgendwas zu mitnehmen? Ja. Stimmt ja, wir haben den ganzen Krempel, äh, vorhin hier gelassen. Weil wir dachten so, wir gehen eher nochmal an denen vorbei. Es macht ja gar keinen Sinn, das in den, in den Dungeon mit reinzutragen. Nur um es dann nachher potenziell liegen lassen zu müssen, weil wir es nicht rausgetragen bekommen. Und dann später, wenn wir es tatsächlich mal holen wollen, ganz, ganz tief in den Dungeon reinzumüssen, um es dann wiederholen zu müssen. Deswegen haben wir das alles einfach hier so gelassen. Das ist, da habe ich total viel mitgedacht. Voll gut. Gut. An den Leuten haben wir teilweise nicht mehr ganz so viel gelassen. So. Ähm. Was haben wir in der Kiste getan? Oh, Gold. Wir haben die Kiste noch nicht mal angeschaut, ey. Weil Gold hätten wir ja sonst mitgenommen. Weil, Gold wiegt ja nichts. Gold wiegt ja nichts. Oh, und dann hat jemand aufgehört zuzuschauen. Egal. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Hätte er was gesagt, dann hätte ich auch Tschüss gesagt. Okay. Also, wenn ihr geht, sagt Tschüss, äh, sagt Bescheid. Dann gibt es auch ein persönliches Stütz von mir. Natürlich bin ich traurig, aber, äh, pff. Kann er jetzt nicht pissig sein. Kann er jetzt nicht sagen, so, nö, ihr bleibt jetzt hier. Finde ja dumm. So, so richtig dumm. So. Ja, ähm. Dings, wir nehmen das jetzt einfach mal alles hier so mit. Und sagen wir so, hey Lydia. Hast du noch so ein bisschen Platz bei dir? Genau, dann schmeißen wir dir den ganzen Umfug darüber. So. Kriegst du das hier? Kriegst du, äh. Ähm, genau. Wir müssen eigentlich noch irgendwie, halt, ein bisschen viel los werden. Eigentlich können wir auch mal die Heidboots auf Lifting mal nehmen. Dann müssen wir auch gar nicht so viel zu der guten Frau rüber schieben. Sondern halt, es ist irgendwie, nur jetzt noch. Das hier. Schön. Gut. Genau, wohin müssen wir jetzt eigentlich? Äh, gehen wir mal ins Journal. Show on the map. Ah, wir müssen dann wieder nach Riverwood. Ach so, ja genau. Jetzt treffen wir hier die, die Menschen. Ich weiß noch nicht, ob ihr schon das gespielt habt. Deswegen werde ich jetzt meine Fresse halten, wen wir da genau treffen. Aber. Hier, die Menschen. Frutti, ich gebe dir das. Nur weg von meinem Mann, Albert. Hm, Entschuldigung. Ja, sie hat uns jetzt einen gerade wie beschimpft, dass wir jetzt potenziell halt ihrem Ehemann schöne Augen machen. Das würde mir jetzt im Lebtakt nicht einfallen, weil warum soll ich denn? Na? Warum soll ich denn? Ha, der war die ganze Zeit da. Ich habe ihn irgendwie übersehen. Nein, er hat schon seine, seine, seine Einkaufszeiten sind vorbei. Verdammt. Verdammt. Egal, dann klauen wir ihm noch seine feinen Stiefel und gehen jetzt halt. Boah, das wir hier gerade, dass die Einkaufs, äh, die Verkaufszeit gerade so verpasst haben, ey. Ich werde viel wärmer und viel glücklicher mit einem Bälle voll von Nehmen. Ja. Also was wir eigentlich auch mal machen könnten, wäre eigentlich auch witzig. Tatsächlich komplett mal übertreiben mit so Mods. Du bist das, ich bin der Inhalter. Es ist mein Geschäft, um einen Attic-Rumme zu halten, ey? Well, wir haben keinen Attic-Rumme. Aber du kannst den, den auf der Seite haben. Mach dir selbst zu Hause. Der, der auf der Seite. Dieser. Genau. Vollkommen übertreiben. So, mit, mit, äh, Mods. Das wäre auch witzig. Ich bin noch da. Ich setz mich einfach jetzt mal. So. Ja, kommst du jetzt her? Er ist mit mir. So, du bist der Drogenborn, ich habe so viel gehört. Ich denke, du hast das. Wir müssen sprechen. Folle mich. Ja, Milady, ich will folgen. Er schaut so ein bisschen suspicious, wie wir jetzt hier mit seiner Frau ins Schlafzimmer gehen. Ach, Lydia, ich habe sie gerade zugemacht. Jetzt können wir sprechen. Ach ja, und ein bisschen was zum Essen. Nein, wir tragen sich nicht. The Greybeards seem to think you're the Dragonborn. I hope they're right. Surdigce ich I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. Like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. We remember what most... You're the only one that... Can you do it? Can you devour a Dragon's soul? Good. And you'll have a chance to prove it to me soon enough. Dragons aren't just coming. They weren't gone. Now something's happening to bring them back to life. And I need you. I know that. And I figured out we're going to go there. And you're going to kill that Dragon. If we succeed... Kynesgrove, there's an ancient Dragon... I need to get into my traveling gear. Give me a minute, and I'll be ready. That's better. Let's get on the road to Kynesgrove. Hmm. The card I'll take with. That's cool. That's not going to take with. Here Lydia, carry more of my armor. Yeah, I'm sworn to carry your burdens. Yeah, then carry more of my burdens. They burn me very. Too heavy for her. That's too heavy for her. Okay, now I have a helmet. Let's go. Gordnar, I'm traveling. You've got the answers, I'll get back. Right. Happy trails. So. Mal irgendwelche witzige Dinge mitnehmen. Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ah, hier. Stahlpfeile, immer gut. Longo, haben wir schon. Gold, immer gut. Ja, klaro. Ork is great sword. Take blade sword. Ich weiß gar nicht mehr, war das einhändig? Das war einhändig. Und ich glaube, es war tatsächlich sehr viel besser, als, äh, was ich da, was hab ich da? Sat macht 14 Schaden. Und hier mein Stahlspot macht. 10 Schaden. Und es ist so viel mehr wert. So. Genau. Können wir bei dir irgendwie schon mal so ein bisschen...